Anstellschritt Stämmen mit dem netznahen Bein aktiver Armschwung. Übersetzschritt Stämmen mit dem netzfernen Bein ohne Armschwung. Absprung der Blockspieler nach dem Angreifer. Aktiver Handgelenkeinsatz Der aufschließende Blockspieler springt meistens früher ab. Die Hände in halber Ballbreite auseinander. Hände in Verlängerung der Netzoberkante ohne Handgelenkeinsatz blockieren. Die Hände in Verlängerung der Netzoberkante ohne Handgelenkeinsatz blockieren. Die Hände in Verlängerung der Netzoberkante. Die Hände in Verlängerung der Netzoberkante. Die Hände in Verlängerung der Netzoberkante.